In diesem Video geht es um die besten Karpfenliegen. Der Qualitätssieger in unserem Karpfenliegetest geht an die Mostal Achtbein Luxus. Mostal Innovation in Quality. Sie können mit Stolz sagen, dass Sie in Preis-Leistung nochmal eine Schippe draufgepackt haben. Mit der im Jahre 2018 brandneu erscheinenden Mostal Achtbein Luxus Karpfenliege schlafen Sie wie im eigenen Bett. Ein pulverbeschichteter Stahlrahmen sorgt dafür, dass die Liege auch nach mehreren Jahren der Abnutzung noch voll funktionsfähig ist. Ein zusätzliches Kissen erhöht den Schlafkomfort, ist jedoch nicht zwingend notwendig aufgrund des mit an der Liege angebrachten Neopren-Mesh-Kissens. Sowohl die Rückenlehne als auch die Bepolsterung der Liege können nach Bedarf und Wunsch angepasst werden. Als wäre das nicht genug, so ist auch die Matratze der Liege mittels Klettbänder abnehmbar. Das Reinigen stellt also überhaupt kein Problem mehr dar. Auch das Kopfkissen ist herausnehmbar. Dank der Belastbarkeit von bis zu 180 Kilogramm ist diese Liege auch für echte Kerle geeignet. Alle acht Beine stufenlos verstellbar. Maximale Polsterung durch abnehmbare Matratze auf der Liegefläche Die Liege kann auch als Stuhl genutzt werden. Ganz einfach das Fußteil einklappen und das Rückenteil nach oben verstellen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die MK Angelsport Karpfenliege. Eine der meistverkauften Ligen Europas aus dem Hause MK Angelsport. Mit diesem Super-Achtbein Karpfenliege erweitert MK Angelsport DSA eigene Programm und geben Ihnen die Möglichkeit, eine mega bequeme und hochwertige Liege zu einem sagenhaften Preis zu erwerben. Das Ganze in einem komplett neuen Design. Aufgrund der acht Liegenbeine ist im vorderen Bereich die Liege deutlich stabiler. Man kann sich ruhig auch mal vorne draufsetzen. Ebenso wurde eine Verstärkung im Rückenteil eingearbeiter. So kann die Liege super angepasst und gespannt werden. Auch für größere und gewichtigere Benutzer kein Problem mehr. Die Kordeln sind extra dick. Somit kann die Matratzehenfläche sehr gut nachgespannt werden und ist auf Jahre formstabil und bequem. Die extra großen Schlammfüße verhindern ein Einsinken in den Untergrund. Zusätzlich sind diese beweglich und passen sich den Verhältnissen an. Die äußerst dicke und bequeme Polsterung besteht aus grün-braunen 600 x 600 D Oxford Nylon, zusätzlich puhbeschichtet und somit wasserabweisend. Am Kopfteil ist ein bequemes Kopfkissen eingearbeitet und mit Neopren bezogen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Karpfenliegetest ist die Damm-Sechsbeiner. Abmessungen 210 x 80 cm. Material 100% 600 D Nylon. PVC-Gewicht 8,9 kg Damm-Karpfenliege 6 Beinleit 210 x 80 cm. Bequeme Übernachtungen mit dieser Karpfenliege überhaupt kein Problem. Hervorragend gepolstert, ausgestattet mit 6 voll verstellbaren Füßen, einer verstellbaren Rückenlehne und einem leicht zu reinigenden Nylonbezug am Fußende werden sie keinen großen Unterschied zu ihrem Bett zu Hause feststellen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.